Ach, wird der jetzt eigentlich Lias See oder Lias wegen Elias ausgesprochen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, man. Auf jeden Fall, der Song kam schon von der Woche raus, aber ich hab's verpeilt, den zu hören. Ähm, Herzschlag heißt der Song. Herzschlag, Herzschlag, Herzschlag. Äh, oh! Menuh, hau auf die Tasten! Alter, Menuh, hau auf die Tasten! Co-produziert von Palace? Ich weiß gar nicht mehr, was da jetzt die Story war, ne? Was ging da denn jetzt eigentlich ab? Ich weiß auch da leider nicht, was der letzte Stand war. Ach was, Daniel Slotin hat das Video gemacht. Aha! Okay, 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 interessant. Eugen hier wieder am Start, okay. Wie auch bei Art und, äh, die anderen Künstler. Dein Herzschlag. Dein Herzschlag sorgt bei mir für mehr Schlag. Du bist jetzt da, wo aus der Schmerz nichts echt war. Mir wird jetzt klar, Baby, wir sind next da. Wo hab ich den Song gehört? Hab ich den auf TikTok gehört oder so? Der kommt mir bekannt vor. Der bekannt, das kommt mir bekannt vor. Ich glaub, da hab ich ne Promo von gesehen, oder? Weißt, dass ich recht hab, wenn ich in nem Track sag. Eine Wolke aus Raus schwebt grade aus meinem Fenster. Zu viele Drogen. Ich stell damit auf, so wie immer. Mein Spiegelbild sagt mir, du hast dich verlogen. Ich sah auf dem Boden, doch schaue jetzt hoch, weil mein Homie guckt leider von oben. Ich lasse die harte Zeit hinter mir. Oh, Feini. Sein Homie guckt von oben. Boah, ich find's schön, muss ich sagen. Digga, diese Betonung find ich nice von ihm. Ey, ich muss sagen, das gefällt mir. Ich muss sagen, gefällt mir. Am Anfang dachte ich so, oh, er könnte ein bisschen zu corny werden, so für meinen Geschmack. Aber jetzt, wie er erklärt hat, dass sein Leben halt echt scheiße ist und weiß ich nicht was. Und durch diese Partnerin, die er dann gefunden hat, ist er so angekommen und fühlt sich wohl. Ich kann voll relaten zu dem Song, Alter. Mir geht's genauso. Bei mir hat es 34 Jahre gebraucht, bis ich diese Person gefunden habe. Krass, Mann. Ey, ich find's nice. Danken und vor allem meinen Schmerz. Mich selbst zu fangen, hab ich leider nie gelernt. Ich kann verstehen, ja, diese Zeit macht's einem schwer. Sagt sie zu mir und legt dann meinen Kopf auf hier. Dein Herzschlag sorgt bei mir für mehr Schlaf. Du bist jetzt da, wo aus der Schmerz nichts echt war. Ja, ich muss auch sagen, Drill, wie gesagt, Drill, eigentlich so Straßen-Drill, es entwickelt sich einfach nicht, Mann. Es ist boring in Deutschland. Keine Ahnung. Irgendwie langweilt mich das. Ich glaub, das letzte richtige Ding, was mich geflasht hatte, war Europol von Miami Yassin oder irgendwie so. Keine Ahnung. Aber sonst so, nee, nee, Dinge fand ich noch ganz okay. Abziehen, so, aber sonst schwierig, was Straßen-Blap angeht. Ich find, ich find so emotionalen Drill, find ich voll nice. Also, ob es jetzt komplett in diese R'n'B-Richtung oder halt so ein bisschen poppiger in diese Richtung geht, muss ich sagen, find ich bei Weitem angenehmer, angenehmer zu hören, tatsächlich. Weil da irgendwie, ich hab das Gefühl, da ist irgendwie mehr Abwechslung. Klar, es wird gesungen, natürlich sind durch Melodien mehr Abwechslung, als wenn Straßen-Rapper straight drauf rappen, ist es logisch. Aber ja, irgendwie, irgendwie ist es mehr meins tatsächlich in letzter Zeit. Gott ist der Hund süß, Mann. Auch da kann ich halt voll, voll mich reinfühlen, so ins Video und so weiter. Find ich, find ich echt nice. Welches Video war das letzte Woche nochmal? Mit dem, mit dem süßen Hund. Wo der auch im Auto einen Hund dabei hatte und dann später so das Würstchen aus dem Mund, glaube ich, gegessen hatte. Das fand ich auch so, mich catchen solche Dinge. Ja, ja, ich liebe Tiere einfach. Ich liebe Tiere. Was? 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 Und ich mag Menschen sofort mehr, die mit Tieren klarkommen. Tut mir leid. Es ist einfach so. Menschen, die gut zu Tieren sind, mit denen komme ich direkt besser klar als andere. Keine Ahnung. Unsinn war das. Genau. Unsinn war das letzte Woche. Genau. Verneut. Ich habe versucht, mich zu heilen. Habe gedacht, ich gieße eine Blume, die tot ist. Nur noch in Strophen kann ich dir erklären, was ich fühle, weil ich es nicht anders gewohnt bin. Es tut mir leid, ich glaub, ich bin als Star geboren. Doch du kommst damit klar, weil du diesen Scheiß, da bei mir ständig passiert, schon gewohnt bist. Mir ging's schnell, sehr viel weed. Gib mir nen Beat. Ich esse dir, was los ist. Meine Droge, du hast recht. Rockstar sind schon ein bisschen komisch. Weiß, dass wir beide was anderes gewohnt sind. Hoffe, die Liebe kann diesmal verschonen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir die Betonungen und so weiter vielleicht auf Dauer so ein bisschen too much sein könnten. Weil, ne, ist schon sehr, sehr viel Abwechslung im Part und sehr viel Variation. Eigentlich eine gute Sache, Gerade bei der Aufmerksamkeitsspanne heutzutage, wo jeder gefühlt nach zwei Minuten halt einfach den Kopf ausschaltet. Ich weiß aber gerade nicht, ob es für so ein emotionales Ding für mich persönlich jetzt ein bisschen zu viel ist. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Boah, ist das laut die ganze Zeit. Holy shit. Was ist recht da, wenn ich in nem Track sah? Gehen, dein Herzschlag, doch bei mir für mehr schlag. Du bist jetzt da, wo aus der Schmerz nichts echt war. Viel wird jetzt da, Baby, wir sind nächster. Du weißt, dass ich recht da, wenn ich in nem Track sah. Salve. Uh, sexy. Menyo ist schon ne Maschine, ne? Pfff, der Typ ist echt. Das ist ein guter Mann. Menyo, hau auf die Tasten. Wo ist das, wo ist das Vocal? Kam das am Anfang? Hab ich das verpennt? Irgendwie? Oh, ich fand's schön, muss ich sagen. Zweiten Part, zweiter Part hat mich persönlich tatsächlich, ah, da oben ist es sogar. Unsinn. Ähm, zweiter Part hat mich persönlich ein bisschen weniger abgeholt. Der erste, den ersten fand ich ein bisschen nicer. Ähm, aber die Melodie fand ich auch schön tatsächlich. Doch, angenehmes Ding, angenehmes Ding. 80.000 nur. Naja, gucken wir mal, wie er sich entwickelt, ne? Oh, 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 oh,